hallo und herzlich willkommen zurück auf hof hirschfeld ihr seht zuckerrohr 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 und eine runde zuckerrohr können wir noch eine machen wir noch eine können wir noch drehen wir noch eine runde zuckerrohr ist die schnellste die orangenen die schnellsten steigt ein fahrt mit einmal können wir noch fahren die runde ja zuckerrohr soll ich sagen das kann einen in den wahnsinn treiben nach dem intro starten wir mit einer schnellen runde zuckerrohr in der timelapse für euch und dann werden wir auf jeden fall gleich noch mal anpflanzen mit curseplay das feld was wir da noch nicht gemacht haben und vielleicht kommen wir ja sogar dazu dass wir hier mal auf dem feld irgendwie was weitermachen oder beenden oder was auch immer wir schauen mal alles nach dem intro bis gleich musik Bis zum nächsten Mal. 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 Das Mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Bye, bye und ade. Bye, bye und ade.